Willkommen zurück zum zweiten Teil der Objektübersicht und heute in diesem Video schauen wir uns einmal diesen kompletten unteren Bereich an bzw. die Fahrzeuginformationen, die schauen wir uns heute an und möchten mal wissen, was uns der GPS Explorer denn auf einen Blick alles zu erkennen gibt und gehen das Ganze einfach mal jetzt von links nach rechts durch und sehen als erstes einmal diese LED diese LED mit der Farbe Rot bedeutet ganz einfach, das Fahrzeug ist aus Sie sehen es im Übrigen auch hier auf der Karte, ich habe die Funktion mal hier aktiviert Sie können das ja hier oben, das haben wir uns ja im letzten Tutorial angeschaut da haben Sie ja die Möglichkeit auch Ihren Fuhrpark in dem entsprechenden Status anzeigen zu lassen ob aktiv oder inaktiv, das mache ich jetzt mal, dann sehen Sie das eben auch direkt hier auf der Karte also wie gesagt, Rot bedeutet die Fahrzeuge sind aus, das Fahrzeug steht Gelb bedeutet, das Fahrzeug steht, aber der Motor läuft und Grün bedeutet dementsprechend, dass das Fahrzeug dann auch wirklich aktiv ist und das Fahrzeug fährt das haben wir jetzt mal, wenn ich jetzt mal den Demo 2 einschalte, dann sieht man das auch sehr schön ich gehe mal etwas in den Zoom-Bereich hinein und dann kann man sehr schön sehen, wie sich dieses Fahrzeug auf der Karte bewegt und ich sehe auch gleich die Fahrtrichtung das ist auf jeden Fall mal hier die Funktion der LED damit kann ich also schnell sehen, wer ist unterwegs, wer steht und wo läuft der Motor dieser kleine Haken darunter, damit kann ich die Fahrzeuge dann auf der Karte aktivieren oder deaktivieren diese Funktion ist insofern sinnvoll, als beispielsweise wenn Sie ein Fahrzeug haben im Fuhrpark das vielleicht heute nicht aktiv ist oder was vielleicht heute direkt auf dem Hof steht und überhaupt nicht eingesetzt wird dann brauche ich mir das ja auch auf der Karte auch nicht darstellen zu lassen und dann kann ich mir einen besseren Überblick verschaffen, je nachdem wie viele Fahrzeuge ich eben in meinem Fuhrpark habe da kann diese Funktion durchaus Sinn machen ich kann im Übrigen auch alle Fahrzeuge auf einmal deaktivieren dazu schalte ich nochmal hier die Karte um und gehe mal mit dem Zoom auf alle meine Fahrzeuge jetzt sehen Sie hier alle Ihre Fahrzeuge die können Sie auf einmal auch hier aktivieren und deaktivieren und dann hier entsprechend die Fahrzeuge nochmal einschalten die Sie dann sehen möchten ok wir aktivieren das Ganze wieder und gehen weiter hier oben haben wir dann die Bezeichnung das kann die Gerätebezeichnung sein, Fahrzeugbezeichnung je nachdem wie Sie das Ganze eben definieren möchten die Bezeichnung können Sie individuell in Ihrem Kundenbereich jederzeit ändern darunter haben wir vier frei wählbare digitale Signale das kann bedeuten Tür auf, Tür zu, Laderampe auf, Laderampe zu, je nachdem können Sie also diese digitalen Signale frei wählen hier in der Mitte habe ich zwei Anzeigen und zwar einmal diesen Brief, dieses Kuvert in dem Fall sehen Sie hier schon, dieses Kuvert ist aktiv, es ist also farblich gekennzeichnet ich weiß also, hier habe ich eine neue Nachricht und das gucke ich mir jetzt einfach mal an und dann sehen Sie hier beispielsweise haben Sie eine Nachricht bekommen, können die direkt abrufen und können so direkt schnell mit Ihren Fahrern auch in Verbindung treten noch einmal auch, das sei gesagt an dieser Stelle, der Nachrichtenaustausch der ist im Übrigen kostenfrei völlig egal, wie viele Nachrichten Sie hin und her senden zwischen Zentrale und Fahrzeug weil das, wie gesagt, in dem Data-over-IP-Protokoll beinhaltet ist darunter sehen wir dann den CAN-Bus CAN-Daten wenn der CAN-Bus angeschlossen ist oder die FMS-Schnittstelle angeschlossen ist vom Fahrzeug, dann sehe ich das hier unten möglicherweise sind ja nicht alle Ihre Fahrzeuge mit dem CAN-Bus verbunden oder das GPS-Auge mit dem CAN-Bus verbunden aber Sie können dann direkt hier im GPS Explorer erkennen bei welchen Fahrzeugen es sich dann um CAN-verbundene Fahrzeuge handelt und bei welchen nicht ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Anzeige obwohl es ein bisschen unscheinbar hier rüber kommt aber tatsächlich eine sehr wichtige Anzeige ist das, was wir hier sehen hier geht es nämlich um die Stromzufuhr vom GPS-Auge und die ist insofern wichtig als dass das GPS-Auge idealerweise immer am Dauerstromkreis des Fahrzeuges angeschlossen sein sollte oder eigentlich angeschlossen sein muss, damit also wirklich die Telematikfunktion zu 100% gegeben ist und deswegen habe ich auch hier beispielsweise bei diesen Geräten dieses kleine Warnsignal das mich eben darauf hinweist, dass hier eben die Stromzufuhr nicht so eingestellt ist wie sie eingestellt sein sollte oder das Gerät vielleicht falsch angeschlossen ist Ausnahmen gibt es natürlich bei den Geräten OS1 und OS2 die laufen mit Akku, da ist das Ganze kein Thema aber bei allen anderen Geräten wie beispielsweise MI6, IN1, IN1V2 etc. da sollten Sie darauf achten, dass die Stromzufuhr gewährleistet ist die aktuelle Geschwindigkeit wird mir hier angezeigt hier sehen Sie auch im kleinen OK, wie schnell sind die Fahrzeuge unterwegs und rechts daneben habe ich wieder vier frei wählbare Status in diesem Fall handelt es sich aber um analogen Status der Unterschied ist, dass ich hier natürlich mir Informationen darstellen lassen kann wie beispielsweise auch Taxi-Licht ein, Taxi-Licht aus ich kann mir anzeigen lassen, auch die Temperatur das muss jetzt keine Farbe sein das kann eben auch eine Information über die Temperatur sein das ist eben der Unterschied zum digitalen, zu den digitalen Signalen ich kann mir über diesen analogen Wert eben auch Werte übertragen lassen und insofern kann ich dann hier eben nochmal weitere Funktionen mir direkt anzeigen lassen dieses Status Board, das finden Sie im Übrigen auch auf Ihrem GPS-Auge IN1 oder IN1V2 oder wie gesagt als separates Modul für Ihr GPS-Auge MI6 und wer geglaubt hat, das wäre es schon gewesen den können wir an dieser Stelle eines Besseren belehren denn hier oben kann ich die Ansicht der Fahrzeugleiste ändern und das tun wir jetzt einmal indem wir jetzt hier das Ganze mal aufschalten und jetzt eröffnen sich noch weitere Informationen die wichtig sind, beispielsweise oder vor allen Dingen für den Spediteur wobei ich jetzt ganz ausdrücklich eben den GPS-Explorer oder auch das GPS-Auge nicht auf Spedition reduzieren möchte ganz im Gegenteil, das ist auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang immer wieder zu sagen, dass der GPS-Explorer prädestiniert ist gerade für den gemischten Fuhrpark also völlig egal, ob Sie jetzt mit einem Kurierdienst einen Kurierdienst verwalten müssen ein Taxi-Unternehmen, eine Spedition ob Sie einzelne Objekte verwalten müssen wie Container, Auflieger und so weiter oder vielleicht auch Binnenschifffahrt also die große Stärke des GPS-Explorers ist es, den gemischten Fuhrpark darzustellen also wie gesagt, das ist ganz wichtig an dieser Stelle dass man das Ganze eben nicht nur auf den Spediteur reduziert aber wie gesagt, das ist natürlich eine sehr starke Branche und hier ist natürlich, dass die Gesetzgebung spielt hier eine große Rolle Stichwort Restlenkzeiten, Ruhezeiten und hier weiß ich dann genau okay, ich habe hier den relativen Zeitstatus und weiß, ob jetzt der Fahrer vielleicht eine Pause machen muss oder nicht, wenn das Ganze entsprechend erfasst wird ich sehe hier die Betriebszeiten ich sehe hier die Gesamtkilometer und habe hier beispielsweise auch den Tankfüllstand hierzu ist zu sagen, zum Tankfüllstand der ist jetzt hier in Prozent angegeben es lässt sich aber auch die Literanzahl darstellen wenn ich das vorher so auch im Kundenbereich mir einstelle dann können Sie das Ganze sich auch als Literangabe anzeigen lassen also das, wie gesagt, hier unten ganz wichtig dann habe ich hier in der Disposition das ist, glaube ich, das Entscheidende von allen Informationen einfach das Thema Lenk- und Ruhezeiten und das Ganze natürlich auch im Hinblick auf die Gesetzgebung Stichwort Doppelwoche dass ich also hier ganz genau weiß was, wie kann ich meine Fahrer denn noch einsetzen und auch das war noch nicht alles denn ich kann die Fahrzeugleiste um ein weiteres Sichtfenster erweitern und das ist der Zeitstrahl den hier noch relativ unscheinbar daherkommt ich schalte jetzt mal andere Funktionen noch mit auf beispielsweise mal hier die Motorlaufzeit und jetzt holt er mir das dauert einen kleinen Augenblick auf einen Blick einmal die Laufzeiten die Betriebszeiten von all meinen Geräten lädt er mir jetzt hier oben hinein und dann kann ich auf einen Blick auch mal sehen wie denn meine Fahrzeuge unterwegs sind also hier unten sehe ich das ja eben schon wie war das Fahrzeug unterwegs gelb bedeutet das sind die Betriebszeiten grün da war er tatsächlich aktiv kann das mir auf einen Blick eben anzeigen lassen und dann habe ich eben in einem Überblick wenn ich jetzt meinen gesamten Fuhrpark mir hier anschaue die oberen Fahrzeuge waren nicht aktiv in diesem Zeitraum diese Fahrzeuge waren in dem Zeitraum aktiv und dann sehe ich genau okay wie waren die denn jetzt unterwegs das heißt ich muss nicht jedes einzelne Fahrzeug durchschalten um mir hier unten dann einen Überblick geben zu lassen über die Zeiten über die gefahrenen Zeiten sondern ich habe diese visuelle Darstellung auch einmal in der Miniaturansicht hochinteressant wie gesagt um sich über den gesamten Fuhrpark auf die Schnelle einmal über die entsprechenden Zeiten zu informieren das können unterschiedliche Zeiten sein Lenk- und Ruhezeiten wie gesagt aus dem CAN-Bus Betriebszeiten Motorlaufzeiten GPS-Datenpakete das alles ist eben möglich sich darstellen zu lassen okay also Sie sehen in der Fahrzeugleiste ist richtig was los Sie bekommen tolle Informationen zu Ihrem Fuhrpark müssen also nicht großartig in der Software hin und her klicken sondern haben auf einen Blick die wichtigsten Funktionen und die wichtigsten Informationen zu Ihrem Fuhrpark im Blick können also Entscheidungen entsprechend schnell treffen und natürlich und das ist ganz ganz wichtig diese Entscheidungen können Sie deshalb auch schnell treffen weil die Informationen auch live aus Ihrem Fuhrpark übermittelt werden dank der GPS-Over-IP und Data-Over-IP-Technologie und das wie gesagt für gemischte Fuhrparks eine großartige Sache hier unten geht es dann noch weiter zu jedem einzelnen Fahrzeug ich habe jetzt mal dieses Demo 02 angeklickt und habe jetzt hier in dem unteren Bereich auch noch mal ein paar Informationen auf den schnellen Blick beispielsweise die Tageslenkzeit auf der Grundlage der GPS-Signale die Motorlaufzeit die Tageskilometer die letzte Position die Höhe den Bit-Wert den brauche ich vielleicht wenn ich mir weitere Signale übertragen lasse wie gesagt Tür auf Tür zu und habe hier einen entsprechenden Bit-Wert die Möglichkeit auch mit dem GPS-Auge per E-Mail in Verbindung zu treten also nicht mit dem GPS-Auge sondern mit dem Fahrer der dann eben die entsprechende Information erhält aber das GPS-Auge ist ja auch in der Lage E-Mails zu verarbeiten beispielsweise GPS-Auge in One in OneV2 und dann haben Sie hier die E-Mail-Adresse des jeweiligen Gerätes hier unten die Gerätenummer die Qualität vom Satellitenempfang hier eine herausragende Qualität wir haben hier alle also die grünen Balken sind alle dargestellt und das ist der perfekte GPS-Empfang und da muss man auch immer darauf achten dass das gewährleistet ist und dann kann ich auch mal den Fahrer anrufen und sagen hey pass mal auf wir müssen mal gucken ob deine Antenne vielleicht richtig sitzt oder nicht und ja wie gesagt das kann ich natürlich auch noch wegschalten wenn ich weniger Details benötige aber wie gesagt das hätte ich dann eben auch noch dann zu jedem einzelnen Fahrzeug wenn ich dann umschalte dann wie gesagt bekomme ich dann entsprechend die Informationen hier unten von dem anderen Fahrzeug oder von dem anderen Objekt was ich hier eben in meiner Fahrzeugleiste sehe ok und ich denke das ist schon einiges was sie hier verwerten können das wie gesagt ist es mal jetzt zum der zweite Teil zum Thema Objektübersicht an dieser Stelle möchte ich Ihnen aber auch schon Appetit auf das nächste Tutorial machen wo wir uns dann einmal auf der rechten Seite sehen Sie ja diese Reiter und dort eröffnet sich dann die individuelle Funktionsvielfalt des jeweiligen Fahrzeuges und dann tauchen wir dann auch direkt in diesen Mikrokosmos ein und Sie sehen da gibt es auch viel zu erzählen viel zu sehen und dort eröffnet sich eben eine weitere Welt und weitere tolle Funktionen vom GPS Explorer aber wie gesagt das im nächsten Tutorial das war es erstmal mit dem zweiten Teil der Objektübersicht ich hoffe das hat Spaß gemacht und das wünsche ich Ihnen jetzt auch bei der Arbeit mit Ihrem GPS Auge auch mit Ihrem Fuhrpark und hoffe dass Sie auch zum nächsten Video Tutorial wieder einschalten und dann bis zum nächsten Video Tutorial